Luziel trifft sich mit Monika, die ihm erzählt, dass es nicht viele Heiler gibt, weil es für die Heilergilde sehr schwierig ist, Heiler zu zensieren. Sie erklärt, dass es keinen Weg gibt, einen Heiler davon abzuhalten, wenn er sich entschließt, sich falsch zu verhalten, indem er extravagante Honorare verlangt, weil sie dann auch das Gefühl haben, dass der Heiler in der Gesellschaft gebraucht wird, und ihn deshalb nicht gehen lassen können. Als er ihre Sorgen hört, verspricht er ihr, dass er dafür sorgen wird, dass er ein guter Heiler ist und sein Bestes tun wird, um sich um die Menschen zu kümmern und seine Fähigkeiten nicht zu seinem eigenen Vorteil einzusetzen. Nachdem er sie verlassen hat, geht er auf die Straße, wo er einige verletzte Abenteurer sieht. Er geht näher zu ihnen und verspricht, sie alle zu heilen. Obwohl er nervös und ängstlich ist, weil er noch nie in dieser Situation war, nimmt er auch all seinen Mut zusammen. Und der Wunsch und Wunsch, sie zu heilen, ermutigt ihn noch mehr, etwas zu tun. Er geht zum ersten Opfer und versichert ihr, dass er sie heilen wird. Er spricht seinen Gesang, und nachdem er seine Veränderung beendet hat, ruft er, heilen, aber zu seinem Schock funktioniert seine Magie nicht. Einer der Abenteurer in der Nähe fragt ihn, was er tut und ob er sicher ist, dass er die Verletzten heilen kann. Er entschuldigt sich für das, was passiert ist und sagt, es sei sein Fehler gewesen. Er versucht darüber nachzudenken, wo er einen Fehler gemacht hat, insbesondere weil er weiß, dass er in diesem Moment nicht über genügend magische Kraft verfügt und es keinem von ihnen einen Gefallen tun würde, sie zu verschwenden, ohne jemanden zu heilen. Er geht davon aus, dass der Fehler, den er gemacht hat, darin bestand, dass er seinen Verstand nicht genutzt hat, um herauszufinden, wie die Magie funktionieren würde, weil er es getan hat. Er erkennt, dass er, damit die Magie wirken kann, eine mentale Vorstellung davon entwickeln muss, wie eine Verletzung von selbst heilen und geheilt werden kann. Das ist also die einzige Möglichkeit, dies zu erreichen. Er stellt sich vor, dass eine Verletzung geheilt wird, und ruft den Gesang. Diesmal gelingt es ihm und die Wunde heilt. Er macht sich daran, die anderen zu heilen. Eine Zeit lang tut er alles, was er kann, und schließlich bleibt er einer der Verletzten. Als er zu ihm gehen und ihn heilen will, sieht er, dass seine Kraft nur noch eine ist und er schwächer wird. Er hofft, dass er die letzte Person heilen kann, bevor er ohnmächtig wird, doch seine Augen schließen sich immer wieder plötzlich. Er stürzt und kann sich nicht mehr tragen. Ihm wird klar, dass es ihm auf keinen Fall gelingen kann, die letzte Person zu heilen, und er ist sehr traurig, als er die Stimmen aller um ihn herum hört, die ihn anflehen wollen, aufzustehen, damit die letzte Person nicht stirbt. Leider bricht er zusammen und wird ohnmächtig, und die letzte Person stirbt. Er wacht später auf und sitzt nachdenklich auf seinem Bett. Es tut ihm leid, dass er das Leben der letzten Person, die seine Hilfe brauchte, nicht retten konnte, und er erinnert sich an die Worte des Erwachsenen dort, der ihm sagte, er solle sich keine Vorwürfe machen, weil das, was passiert sei, nicht seine Schuld sei. Es war ihm gelungen, vor dem letzten Unfall viele Menschen zu heilen. Während er aufgrund seiner Erfolge ermutigt werden möchte, ist er aufgrund seiner Misserfolge auch entmutigt. Er fühlt sich schlecht, weil er nichts tun konnte. Er erkennt, dass er seine Heilkraft steigern und ein höheres Level erreichen muss, wenn er Menschen so heilen will, wie er es möchte. Er geht davon aus, dass die einzige Möglichkeit, dies ohne Probleme erfolgreich zu tun, darin besteht, sich bei der Abenteurer-Gilde anzumelden. Er hat das Gefühl, dass er, wenn er das tut, schnell aufsteigen und seine Kraft steigern kann. Er geht zur Gilde und sobald er die Gilde betritt, ist er erstaunt darüber, wie die Gilde aussieht. Es sieht wunderschön und erstaunlich aus und er möchte ein Teil davon sein. Er trifft die Dienerin und teilt ihr mit, dass er sich bei der Gilde anmelden möchte. Sie sagt ihm, dass er willkommen ist und gibt ihm ein Formular zum Ausfüllen. Er nimmt das Formular und füllt die Informationen aus. Er gibt ihr das Formular zurück und sie sagt ihm, dass er über Kampfkunstkenntnisse verfügt und sich daher bei der Gilde anmelden könnte. Er fragt sich, ob er sich nicht bei der Gilde hätten anmelden können, wenn er keine Kampfkunstkenntnisse hätte. Sie sagt ihm, dass er sich ihnen anschließen könnte, da er über eine Fertigkeit verfügt, und sie muss erklären, wie der Abenteurer-Lebensstil funktioniert. Sie sagt ihm, dass er eine Mission bei der Gilde annehmen wird, und nachdem er die Mission erfolgreich abgeschlossen hat, wird er zur Gilde zurückkehren, um sein Geld zu holen, und er wird der Gilde 10% des Geldes als Betriebsgebühr zahlen. Er hört ihr gut zu und fragt sie, ob er bestraft wird, wenn er die Mission nicht erfüllt. Sie sagt ihm, dass das Scheitern mit Gebühren verbunden sei. Also solle er gut mit sich umgehen und sicherstellen, dass er bei keiner Mission durchfalle. Als er das hört, hat er große Angst. Er fragt sie, ob es eine bestimmte Mission für Heiler gibt. Er sagt, er sei ein Heiler und wisse nicht, wie man gut kämpft. Er behauptet, wenn es möglich sei, könnte er sowohl das Kämpfen trainieren, als auch als Heiler arbeiten. Er fragt sie, ob ihn dort jemand ausbilden kann und ob er die Ausbildung mit seinen Diensten bezahlen würde. Sie sagt, dass sie es zuerst ihrem Meister sagen muss. Sie bittet ihn, zu bleiben und auf sie zu warten, während sie den Gildenleiter anruft. Sie kehrt in wenigen Sekunden zurück und kommt mit einem riesigen Mann. Als Luciel den Weg sieht, malz er hinschaut, bekommt er große Angst. Der Mann ist so riesig und er sieht unheimlich aus. Er versucht sich wieder zu sammeln und erinnert sich daran, dass es nicht das erste Mal ist, dass er eine gruselige Person sieht. Denn als er in der anderen Welt war, war sein Chef auch sehr groß und gruselig und es gab niemanden, den er hier treffen konnte. Er tut so, als würde er den Mann anschauen, der ihn Kind nennt. Der Mann fragt ihn, was er will, und er erklärt erneut, dass er sich fragt, ob er als Gildenheiler in der Gilde arbeiten könnte, während ihn jemand in Kampfkünsten ausbildet. Der Mann fragt ihn, warum er sich zum Kämpfen ausbilden wolle. Er erinnert ihn daran, dass er ein Heiler ist und dass Heiler nicht kämpfen lernen müssen. Luciel erklärt, dass er das deshalb tue, weil er niemanden zur Last fallen möchte. Er sagt, dass er so schwach ist, dass er getötet wird, wenn er einem Monster gegenübersteht, und dass er an diesem Tag sein Leben nicht verlieren möchte. Der Mann sagt ihm, dass er es gehört hat und fragt, wann er weitermachen möchte. Er sagt ihm, dass ihm eine Münze als Lohn ausgezahlt wird und dass die Ausbildungsgebühr von seinem Lohn abgezogen wird. Der Mann sagt ihm, dass er sofort weitermachen könne. Aber Luciel sagt, er würde gerne in fünf Tagen wieder weitermachen. Der Mann fordert die Pflegerin auf, sich um ihn zu kümmern. Die Dame stellt sich als Nanaela vor und lächelt ihn breit an. Er lächelt sie sofort an und nennt ihr auch seinen Namen. Plötzlich spürt er, dass Augen ihn ansehen. Er dreht sich um und sieht einige Männer, die ihn ansehen. Der Mann vor ihm hustet und der Mann verlässt seinen Rücken. Er geht davon aus, dass der Mann auch eine hohe Position in der Gilde einnimmt, und stellt sich als Brot, der Gildenführer, vor. Luciel schätzt Brot und geht erfüllt. Er kehrt nach Hause zurück und ist froh, dass er in ein paar Tagen stärker werden kann. Während er sich daran erinnert, was für eine Zukunft ihn erwartet, betritt Monika mit seinem Essen den Raum. Sie erzählt ihm, dass sie sein Essen mitgebracht hat und fragt ihn, wie sein Tag sein werde und ob er die Dinge erreichen könne, die er tun wollte. Er erzählt ihr, dass er zur Gilde gegangen sei und sie sich bereit erklärt hätten, ihn in Kampfkünsten auszubilden. Sie ist sehr stolz auf ihn. Bevor sie geht, fragt er sie, welche Stufe er als Heiler erreichen muss, um als Profi anerkannt zu werden. Und sie sagt ihm, dass er als Profi angenommen werden kann, wenn er Stufe 5 erreicht, bevor er 20 Jahre alt ist. Wenn er darüber nachdenkt, muss er jedes Jahr eine Stufe hinzufügen und fragt sich, ob er das schaffen könnte. Sie sagt ihm, dass er sie zu einem Date mitnehmen wird, wenn ihm das gelingt. Er ist schockiert, das zu hören, und er erwartet nicht, dass sie das sagen könnte. Er fragt sich, was sie mit einem Date meint, und ermutigt sich, dass er es erreichen wird, damit er sie zu einem Date mitnehmen kann. Eine Woche später nahm er sein Training wieder auf. Sein Crashkurs in heiliger Magie verlief wie im Flug und er ist endlich fertig. Er kehrt zur Heilergilde zurück, wo er Kururu trifft und sie dafür schätzt, dass sie bei ihm bleibt und ihm hilft. Er sagt, dass er fertig ist und gehen wird. Sie sagt ihm, dass er sehr gut und ein großartiger Heiler ist, so sehr, dass auf ihn sogar noch Arbeit wartet, bevor er mit der Steigerung seiner Affinität fertig ist. Er schätzt sie wieder und versucht zu gehen, aber sie sagt ihm, dass er sie auch schätzen sollte, wenn er Lumina sieht. Er verspricht ihr, dass er bei seinem nächsten Besuch nach Lumina sehen wird. Er geht zur Gilde und sieht sofort, wie mehrere Augen ihn anstarren. Er sagt, die Blicke kommen ihm bekannt vor, als würde er an seiner Vorstandssitzung teilnehmen und niedrige Umsätze erzielen. Er geht zur Wärterin, und diesmal ist es eine andere Wärterin und nicht Nana Ella. Er stellt sich vor und sagt ihr, dass er der neue Abenteurer ist, der mit Brot trainieren soll, also sagt sie ihm, er solle in den Untergrund gehen und er werde das Trainingszentrum finden. Als er ankommt, sieht er Brot, bemerkt aber, dass er der Einzige dort ist. Brot wirft ihm einen harten Blick zu, der ihm Schauer über den Körper jagt, aber er will nicht schwach wirken, also tut er so, als ob es ihm gut gehe und begrüßt Brot. Brot sagt, er sei schockiert, dass Luziel nicht weggelaufen sei, nachdem er gesehen hatte, wie er ihn ansah. Er sagt Luziel, dass sie die Einzigen sind, die trainieren, und Luziel hat erneut Angst, hat aber das Gefühl, dass es nicht so viel ist wie das, was er auf der Erde erlebt hat. Er verbeugt sich und sagt, er sei bereit zu lernen, und Brot sagt ihm, dass er Mut hat. Sie beginnen mit dem Training und Brot fordert ihn zum Laufen auf. Er rennt weiter, bis er erschöpft ist. Er nennt Brot böse, gibt aber zu, dass er im Vergleich zu seinem Leben auf der Erde und seinem Tod ein glückliches Leben führt. Er behauptet, er sei im Himmel und fällt vor Erschöpfung plötzlich in Ohnmacht. Nachdem er sich erholt hat, sitzt Brot auf dem Rücken und schreit so laut. Danach bittet Brot ihn, gegen ihn zu kämpfen. Er wirft sein erstes Bein auf Brot. Aber es ist so schwach. Brot fragt, ob er so weit kommen kann, und er sagt, dass er deshalb trainiert, um besser zu werden. Nach ihrem Training an diesem Tag sagt ihm Brot, dass er lernen sollte, gut zu trainieren und sich zu erschöpfen. Auf diese Weise könnte er besser wachsen. Er wird verletzt und angegriffen versucht, seine Magie zu nutzen, um sich selbst zu heilen, aber Brot weigert sich und sagt, wenn er auf natürliche Weise heilt, würde dies seine Heilkraft erhöhen. Er beschließt, das zu tun, und Brot bringt ihm auch bei, wie er seine Kraft steigern kann. Er schätzt Brot, fragt sich aber, warum es keine anderen Abenteurer gibt, die trainieren. Brot erzählt ihm, dass junge Abenteurer kein Geld haben und deshalb direkt Missionen annehmen, anstatt zu trainieren und sich im Wald zu verletzen. Er sagt, er wolle mit Luziel schlafen, um sicherzustellen, dass er alle heilt, unabhängig von Alter und Rasse, und Luziel verspricht, dies zu tun. Einige verletzte Abenteurer treffen ein. Zunächst gehen sie davon aus, dass Luziel sie nicht heilen würde, doch er heilt sie, ohne Geld einzusammeln. Er erkennt, dass Heiler in diesem Land wirklich ein schlechtes Image haben. Er kehrt zu Brot zurück und teilt ihm mit, dass er nur acht Menschen gleichzeitig heilen kann und dass er die Zahl erhöhen möchte. Brot sagt ihm, dass dies möglich ist, wenn er sich erschöpft und sieht, wie weit er gehen kann. Obwohl er weiß, dass das stressig wäre, gibt er zu, dass es zu seinen Gunsten ist, also beschließt er, es zu tun. Bevor er die Gilde verlässt, fragt Brot ihn, ob er in der Gilde leben möchte. Er fragt sich, was er diesen Gefallen schuldet, und Brot sagt sogar, dass er dreimal täglich Essen bekommen würde. Das scheint ein Jackpot zu sein. Also fragt er, was Brot als Gegenleistung bekommt, aber Brot sagt, dass er nur seine Abenteuer will, damit er nicht mehr unnötig stirbt. Luziel verspricht, sein Bestes zu geben und fragt auch, ob er auch jeden anderen Menschen heilen kann, der zu ihm kommt. Brot sagt, dass die Welt ein besserer Ort sein wird, wenn jeder Heiler wie Luziel wäre. Als Luziel sieht, wie sich die Dinge in der neuen Welt zu seinen Gunsten entwickeln,